Musik Ich heiße Christian Kragiel, bin Geophysiker und bei der Heinrich-Herdes Kampfmittelräumung als Projektleiter eingestellt. Mein Name ist Thorsten Leikam, ich arbeite bei Heinrich-Herdes als Geophysiker und Projektleiter. Ja, mein Name ist Sven Siegern, ich bin Projektleiter, Schrägstrich Operation Manager. Ich bin sehr viel im Feld unterwegs, auf verschiedenen Projekten, wo wir verschiedene computergestützte Sondierungen vornehmen, sei es Bohrloch-Sondierungen, Flächensondierungen. Wir fühlen uns jeden Tag gut dabei, weil wir Sicherheit herstellen. Ja, also alles, was wir tun, ist gleich als Erfolg quasi sichtbar, sodass wir platt oder übertrieben die Welt ein Stück sicherer machen. Musik Am meisten Spaß macht es mir, dass man nicht diesen 0815-Job hat und nur am Schreibtisch sitzt, sondern dass man auch unterwegs ist und viele neue Bereiche auch kennenlernen kann in seinem alltäglichen Arbeitsleben. Der Umgang im Team ist sehr freundschaftlich, würde ich sagen. Also wir verbringen auch teilweise unsere Freizeit miteinander. Auch im Büro ist immer ein Du angebracht. Wir haben immer Spaß im Büro eigentlich. Es ist ein gutes Gefühl, mit der Gruppe zu arbeiten und diese Verlässlichkeit, frage ich mal. Naja, ich kann jederzeit einen Kollegen fragen, ich sage, du, ich habe ein Problem, hast du schon mal sowas gehabt? Ja, kein Problem, kein Ding, machen wir. Was außerdem noch sehr schön ist, ist, dass wir im Homeoffice arbeiten können. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Natürlich muss das Projekt es halt zulassen. Wir haben Team-Events einmal im Jahr. Wir haben Workshops. Wir werden gefördert in der Richtung, wie wir gehen wollen. Wir haben ein 13. Gehalt. Wir haben Urlaubsgeld. Wir haben einen Firmenwagen, den wir nutzen können, auch im Privaten. Das ist eine wunderbare Sache. Also sich so bestätigt zu bekommen, eine Idee zu entwickeln und dann auch sehen, dass man sie umsetzen kann. Und die dann auch noch weitergetragen wird, ist fantastisch. Was Heinrich Hildes Kampfen bei Oben besonders macht, ist die Professionalität und Sicherheit. Den hohen Sicherheitsstandard, den wir haben auf Baustellen. Die neuesten Geräte zu haben und eine der besten Messtechniken zu besitzen, die sonst kein anderer hat. Ultratem, Aeratem, Subtam im Wasserbereich und die Aufstiegschancen in dem Bereich sind hoch bei uns. Und wenn da einer sagt, ich weiß nicht, ob das vielleicht was was ist, einfach probieren. Ja, wenn du Bock hast auf ein cooles Team, einen abwechslungsreichen Job, dann bewirb dich doch jetzt.